Vergangene Woche referierte EU-Parlamentarier Paul Rübig auf Einladung des Lions Clubs Bad Ischl über aktuelle Themen zur Europäischen Union. Der heute 64-jährige Industrielle wurde erst 1955 vom Nationalrat nach Brüssel entsandt und 1996 auch bei der EU-Wahl in dieser Funktion bestätigt. Er ist der längst dienende EU-Abgeordnete mit österreichischem Pass. Ja, zuerst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung, weil es natürlich immer gut ist, in direkten Kontakt zu sein. Und das ist der Grund, warum ich auch noch ein paar Tischel komme, damit ich höre, wie ist die Stimmung, woran sind die Leute interessiert, was kann man verbessern. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und natürlich, wenn wir viele Jahre in Brüssel waren, das ist jetzt meine fünfte Periode und damit auch die letzte, sammelt man einige Erfahrungen. Und man sieht, wie sich auch der gesamte Bereich dynamisch weiterentwickelt hat. Und ich bin eigentlich sehr erstaunt, wie schnell die Europäische Union eigentlich immer wieder auf Krisen reagiert. Und in Wahrheit ist natürlich die Politik auf europäischer Ebene in erster Linie eine Krisenbewältigungsmaschinerie, dass wenn immer irgendwo Probleme auftauchen, dass man schaut, welche Optionen haben wir und wie können wir die Probleme aus der Welt schaffen, wie können wir uns Ziele setzen, letztlich auch Demokratie zu sichern, Wohlstand dementsprechend, Anreize zu setzen. Das sind nicht leichte Themen, aber ich glaube, dass viel weitergegangen ist in den letzten Jahren. Ich komme jetzt ein bisschen auf Ihre Tätigkeit im Speziellen zu sprechen, 22, 23 Jahre. Da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Ich möchte einige Meilensteine hier herausnehmen. Sie haben sich immer besonders eingesetzt für die Forschung und Innovation. Das war Ihnen ein Herzensanliegen. Sie haben ein eigenständiges Förderprogramm aufgestellt für Klein- und Mittelunternehmen. Sie haben ein Programm Erasmus für Jungunternehmer geschaffen. Ein Meilenstein, so denke ich, innerhalb der EU. Und ein Schwerpunkt war natürlich auch die Umsetzung des digitalen Binnenmarktes. Hier insbesondere die Abschaffung der Römingebühren. Das waren jetzt ein paar Bereiche, die ich hier herausgenommen habe. Wenn Sie jetzt Ihre Arbeit bewerten, was sehen Sie als Ihre größten Erfolge innerhalb dieser doch sehr, sehr langen Zeit? Ich glaube, der größte Erfolg ist eigentlich, dass wir die Demokratie erhalten haben. Dass wir in einer Gemeinschaft leben in Europa, wo die Nationalminister, die gewählten Abgeordneten, die Europäische Kommission sich inständig bemühen, bei Konflikten Lösungen zu erarbeiten. Und wenn man sieht, wie die Globalisierung voranschreitet, merkt man natürlich, dass je stärker Europa aufgestellt ist, desto besser ist es zum Nutzen unserer Bürger. Per Zufall bin ich eigentlich zu diesem Roaming-Thema gekommen, weil sie nämlich einmal eine Studentin aus Linz bei mir beschwert hat, dass sie in der Nacht mit ihren Freunden in München telefoniert hat und das so teuer war. Und ich habe dann gefragt, wie war das? Und da hat sie gesagt, naja, sie hat zu Hause 7 Cent pro Minute bezahlt und musste dann für dieses Gespräch 3,60 Euro zahlen. Und der Hintergrund ist, dass sie zwei Stunden mit dem Freund telefoniert hat. Also war die Reise billiger wie der gesamte Telefonanruf. Ich hoffe, dass es für die Studentin gelohnt hat. Aber für mich war das eine berechtigte Beschwerde. Und deshalb bin ich zur Kommissarin Reding gegangen. Wir haben uns ja gut gekannt. Sie war ja vorher Abgeordnete und wir sitzen ja noch Alphabet, also Reding-Rübig. Und ich habe gesagt, wie wir anderen müssen wir mal einen Kaffee trinken, ich habe ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Und sie hat dann ganz spontan gesagt, selbstverständlich, und es war ja schon bekannt in der Kommission, dass es hier große Probleme gibt. Aber sie hat gesagt, jetzt machen wir einen Legislativakt. Und sie hat sich durchgesetzt und wir haben dann innerhalb von sieben Monaten eine Lösung erzielt, die in ganz Europa gegolten hat. Und eines, was mir im Landtag und im Nationalrat nicht gelungen ist, nämlich eine zeitlich befristete Gesetzgebung. Es ist mir erstmals gelungen, eine Gesetzgebung auf absolut drei Monate, auf drei Jahre zu befristen. Drei Jahre deshalb, weil dieser Bereich sehr dynamisch ist und wir die Gesetzgebung jetzt wirklich alle drei Jahre angepasst haben. Und deshalb auch der digitale Binnenmarkt sich extrem gut entwickelt hat. Ich glaube, die Entwicklung des digitalen Binnenmarkts ist von einer Studentin angestoßen worden und geht jetzt in Bereiche hinein, die ganz tief auch die gesellschaftlichen Strukturen verändern. Und ich glaube, es war notwendig, hier Europa an der Spitze zu halten. Wie langwierig sind Prozesse generell innerhalb der EU? Es kommt immer auf das Thema drauf an, aber eben die erste Romming-Verordnung, die ich als Chefverhandler für das Europäische Parlament auch verhandelt habe, mit Reding und mit der deutschen Präsidentschaft damals. Staatssekretär Würmerling aus Deutschland war auch ein ehemaliger Kollege von mir. Durch das waren wir eigentlich miteinander sehr schnell eins, dass sich etwas ändern muss. und wie gesagt, innerhalb von sieben Monaten ist die Regelung in Kraft getreten. Das war erstaunlich, weil wir waren zufällig in Malta und da haben wir mit dem Telekom-Minister gesprochen und er hat gesagt, naja, aber für Malta gilt das nicht. Er hat gesagt, naja, Malta ist auch in der Europäischen Union, es gilt hier genauso wie in Deutschland oder in Frankreich und sie haben das umzusetzen. Also das ist schon etwas, wo man sieht, dass für die Bürgerinnen und Bürger hier viel geschehen ist und insgesamt kann man sagen, haben sich die europäischen Bürger ungefähr einen Betrag von 10 Milliarden Euro erspart. Natürlich sind da die Telekom-Betreiber nicht glücklich gewesen, weil natürlich Romming die höchsten Gewinne überhaupt ermöglicht hat, zwar vor einem sehr kleinen Teil der Gespräche, aber doch in diesem Bereich wurden Riesengewinne geschrieben. Und ich glaube, diese 10 Milliarden Euro ist auch ein guter Anreiz für die Bürgerinnen und Bürger, daran zu glauben, dass Europa auch einen Nutzen für sie hat und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Sie referieren heute, und ich habe es eingangs schon erwähnt, auf Einladung des Lions Clubs Bad Ischel zum Thema Hat die EU Zukunft? Nun weiß man, dass momentan nicht gerade die rosigste Zeit der EU stattfindet, wenn sie jetzt diese Bewertung durchführen müssen vor dem Background Brexit, der jetzt ein bisschen verschoben worden ist. Hat die EU Zukunft? Naja, wir werden ja sehen, wie das innenpolitische Match in Großbritannien ausgeht. Da ist ja auch noch nichts entschieden. Wir wissen nicht, wie Schottland reagieren wird. Es kann leicht sein, dass auch Schottland ein neues Unabhängigkeitsreferendum durchführen wird. Wir wissen nicht, wie es in Irland weitergeht. Auch hier kann es schnell passieren, dass sich die Iren dafür entscheiden, ein gemeinsames Irland zu bilden, das bei der Europäischen Union bleibt. Wir haben auch die vielen Erweiterungsschritte, weil man sieht, wir haben uns jetzt in Mazedonien geeinigt. Und die Landkarte Europa hat sich eigentlich immer geändert. Und früher eben durch Kriege, in denen man Menschen getötet hat. Und jetzt eben durch Abstimmungen. Und mir ist die jetzige Methode weit lieber. Und wir werden wieder neue Mitglieder dazukriegen. Manche werden wieder gehen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, warum ist Großbritannien gegangen? Nicht nur dort sind Fehler gemacht worden, auch bei uns wurden Fehler gemacht. Und deshalb bin ich optimistisch, dass die Reise in Richtung Stärkung der Demokratie, und darum geht es ja in Wahrheit, es geht ja nicht darum, dass jemand der EU aus- oder beitritt, sondern es geht darum, dass wir mit demokratischen Methoden zusammenleben wollen. Weil natürlich auf der anderen Seite droht die Diktatur. Die haben wir in der Türkei, die haben wir in Russland. Wir haben Anarchie, das haben wir in Nordafrika mit ISIS und den ganzen Terroristen. Und dazwischen ist dieses kleine Pflänzchen der Demokratie. Und unsere Aufgabe ist, dieses Pflänzchen zu nähern und zu stärken, dass der Baum ordentliche Wurzeln kriegt und dass man an diese Demokratie sich auch festhalten kann. Ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung. Viele kritisieren, dass das Thema Brexit die EU momentan, momentan sehe ich jetzt seit der Brexit beschlossen worden ist, lähmt und auch die Arbeit der EU lähmt. Sehen Sie das auch so? Faktum ist natürlich, dass der Brexit eine neue Übung für uns ist. Es hat ja schon einmal ein Mitgliedsland gegeben, Grönland, das ausgetreten ist, aber dann gemeinsam mit Dänemark wieder eine einheitliche Linie verfolgt hat. Also das war keine großartige Angelegenheit. Da sind wir halt nur um die Fischereirichte gegangen. Jetzt ist es der erste große Austritt. Und ich glaube, wir haben gelernt, wie man umgeht mit Beitritt. Da gibt es auch 37 Kapitel. Das hat sich seit dem österreichischen Beitritt massiv verändert. Jetzt schauen wir weit mehr. Ist das umgesetzt und nicht nur in Gesetzen beschlossen? Also es gibt hier ein sehr detailliertes Vorgeben, was man erfüllen muss, um in die Europäische Union eintreten zu können. Und jetzt haben wir erstmals die Frage, was passiert, wenn jemand austritt. Und insofern war die Entscheidung, einen Austrittsvertrag zu gestalten, die richtige Entscheidung. Der Banier, der zuständige Chefverhandler, hat hier eigentlich das sehr technisch, faktisch abgearbeitet. Und dieser Austrittsvertrag wurde auch von allen 28 Regierungen genehmigt. Also es waren alle 27 aus Europa. Und es war die britische Regierung, die zufrieden sind mit dem Vertrag, der klarstellt, was in den nächsten zwei Jahren alles noch verhandelt werden muss. Der klarstellt, wie es in Zukunft die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien sein werden. Und leider haben wir dann im britischen Parlament für diesen Austrittsvertrag keine Mehrheit bekommen, weil sich in Wahrheit das Parlament in zwei Lager geteilt hat. Ein Lager, die bleiben wollen und ein Lager, die gehen wollen. Und beide haben mit dem Austrittsvertrag keine Freude, weil die einen, die bleiben wollen, wollen keinen Austrittsvertrag. Und die anderen, die sofort raus wollen auch. Und durch das hat sich eine Mehrheit gegen den Austrittsvertrag ergeben. Und das ist eigentlich sehr bedauerlich. Und jetzt ist die Frage, welche Optionen haben wir in Zukunft noch, um hier möglichst wenig Schaden für die Bevölkerung zu generieren. Dr. Rübig, abschließende Frage. Sie werden dem neuen EU-Parlament nicht mehr angehören. Sie werden sich in den Ruhestand zurückziehen, in den wohlverdienten Ruhestand. Wie schaut Ihre Zeit nach der EU-Tätigkeit aus? Na ja, erstens einmal bis zum 2. Juli, glaube ich, fährt das Schiff noch auf Vollgas. Also wir haben natürlich sehr viel noch zu erledigen. Wir haben jetzt die ganze Gesetzgebung, nicht nur für den Brexit, sondern es sind jetzt noch viele Gesetzgebungsakte, die abzuschließen sind. Dann werden ungefähr 50 Prozent Neuabgeordnete im Europäischen Parlament sein. Da wird es das Hearing der Kommissare geben. Also es geht alles seinen gewohnten Lauf. Und für mich ist es klar, dass ich natürlich nicht mehr eine 80-Stunden-Woche zu machen habe, sondern dass ich auch ein bisschen persönliche Freizeit habe, dass ich mich auch um die persönlichen Dinge etwas intensiver kümmere. Und es wird wahrscheinlich der andere oder eine oder andere noch einen Rat brauchen. Auch in diesem Bereich, glaube ich, kann man sich dann aktiv betätigen. Und ich mache mir keine Sorgen, dass man dann fahrt wird. Und das Wichtigste, das wollte ich noch zum Schluss sagen, am 26. Mai sind Europawahlen. Und ich gehe davon aus, dass wirklich jeder hingibt. Es gibt keinen Entschuldigungsgrund, nicht wählen zu gehen. Man kann sich dann sogar noch Personen aussuchen, die man dann in einer persönlichen Wahl den Namen einträgt auf das Formular. Eine Person, zu der man Vertrauen hat. Ich glaube, man sollte die Rechte in der Demokratie schätzen. Man kann überall dort fragen, wo es nicht mehr diese Möglichkeit gibt, dass die Leute das gerne wollen. Und deshalb auch Freunde einladen, Vereine einladen. Alle, die man kennt, geht bitte wählen. Das ist ganz entscheidend. Auf jeden Fall jetzt schon alles Gute für die Zeit nach Ihrer Tätigkeit. In diesem Sinn, danke fürs Gespräch.